hey freunde was geht ab hier ist der kelvin und wir sind 100.000 auf diesem youtube kanal ganz ganz großes dankeschön und ich komme direkt auf den punkt ich habe euch versprochen dass wenn wir die 100.000 abonnenten schaffen dass ich euch fünf komplette video trainings schenken werde die etwas mit fotografie und photoshop zu tun haben und das machen wir jetzt es sind ein paar video trainings mehr geworden ich hoffe ihr seid mir nicht sauer es sind jetzt sieben an der zahl geworden und ihr könnt ihr alle völlig legal runterladen mit einem klick ihr müsst euch nirgendwo eintragen landet in keinem e mail system einfach in die video beschreibung schauen klicken runterladen durchsappen das sind natürlich video trainings die ich in den letzten jahren erstellt habe also da ist jetzt kein brandneues aktuelles video training dabei wir können die ganzen techniken die ganzen strategien aber immer noch genauso einsetzen es kann nur sein dass die oberfläche in photoshop manchmal nicht ganz genauso aussieht weil es eine ältere photoshop version ist und es sind nicht nur die video trainings sind noch projekte daten mit dabei roh daten photoshop dateien und so weiter also ladet euch alles legal runter das ist einfach nochmal ein dankeschön von meiner seite denn du bist schuld daran dass dieser account hier 100.000 abonnenten hat so das war die kurze version und jetzt gibt es noch ein paar gedanken von mir auf dem weg zuerst einmal das war ein eine weite reise 13 jahre bin ich jetzt schon hier auf diesem youtube kanal aktiv habe über 1100 videos hochgeladen das ist eine menge holz und rückblickend muss ich sagen habe ich den account auch so ein bisschen verheizt weil ich euch immer mitgenommen habe auf die reise wir sind zwischenzeitlich mal ins business business abgedriftet und so weiter und das ist eigentlich für den youtube kanal nie ganz so gut deswegen sind auch meine views verhältnismäßig gering es sind viele internationalen internationale leute noch hier ich habe viel in englisch gemacht auch auf diesem youtube kanal also der wurde am anfang sehr gut geführt später nicht mehr so aber umso erfreuter bin ich darüber dass dass du jetzt noch da bist so also vielen vielen dank dafür und vielleicht hast du es mitbekommen ich habe extra youtube kanal gegründet für alles was das thema business angeht das heißt hier auf diesem youtube kanal bleiben wir der fotografie und der bildbearbeitung treu vielleicht gehen wir mal einen schwenker in social media wo ja auch bilder eine rolle spielen oder mal so ein paar app empfehlungen aber ich werde diesen kanal ab sofort thematisch sauber halten es wird aber nicht so sein dass ich jetzt ein format entwickel jeden mittwoch jeden freitag ich lade dann etwas hoch wenn gerade was ist ich möchte euch mit keinem video was jetzt zukünftig hier hochgeladen wird enttäuschen ich habe auch schon die ersten dinge geplant habe heute morgen schon ein paar sprach mimos mit ein paar leuten ausgetauscht also da kommt noch richtig tolles zeug und wie gesagt wenn du dich für die fotografie interessiert für photoshop und da muss du nicht mal profi sein gerne kannst auch am anfang stehen kommen hier immer wieder ein paar videos die ich dann für euch aufnehme denn und jetzt kommen wir zu dem punkt ihr habt ja mein wandel mitbekommen das ist auch schon eine weile her vor sechs jahren habe ich angefangen mich mehr mit dem thema social media business zu befassen aber die fotografie und photoshop zwar immer meine leidenschaft es ist nur so damals gewesen ich habe mir das übrigens nicht rausgesucht in diese business schiene zu gehen ich habe immer nur mich nach den fragen der community gerichtet ihr wart es die mir fragen gestellt haben sag mal social media follower aufbauen wie geht das okay ich habe mich hingesetzt habe alles ausgearbeitet es kam noch mehr leute die es wissen wollten dann ging es ins business ins geld verdienen und es hat mir immer spaß gemacht und ganz ehrlich wenn ich irgendwann mal sehr alt bin und dann irgendwann auch mal los las von diesem planeten dann sollen anderes nicht nur sagen können der hat vielen leuten photoshop beigebracht sondern die sollen auch sagen der hat vielen menschen dabei geholfen ihre träume zu verwirklichen ihre ziele zu erreichen ihre hobbys zur leidenschaft zu machen und so weiter das ist mein größeres anliegen aber wie gesagt ich lager das auf einem anderen kanal aus ich verstehe dass dass viele hier fotografisch unterwegs sind aus der photoshop ecke kommen und ich sehe es auch als verstecktes lob wenn ihr immer wieder sagt kelwin mach mehr photoshop hör auf mit dem business zeug mach mehr photoshop früher war das ist noch so geil ich sehe das als lob ich kann es euch direkt sagen das kann ich mir gerade nicht vorstellen da wieder tiefer einzusteigen es soll eine leidenschaft bleiben ich setze auch noch immer noch beruflich viel fotografie und photoshop ein aber ich gehe nicht mehr tief rein in diese welt lieber würde ich anderen menschen eine plattform schaffen tollen künstlern da draußen die deutlich besser sind im bereich photoshop wie ich die deutlich mehr leidenschaft mitbringen und so weiter aber ich werde nicht loslassen ich werde nicht loslassen da wird immer wieder was kommen wie gesagt ich habe da so ein paar bläden im hinterkopf auf jeden fall danke dass du hier bist danke dass du vielleicht sogar jetzt weiter mit dabei bleibst ich wünsche jetzt viel viel spaß mit den ganzen video trainings nochmal einfach in der video beschreibung runterladen und wer weiß ich habe da noch ein bisschen was auf meiner festplatte vielleicht kommt da bald noch was aber jetzt erst mal danke und sobald der silberne youtube button da ist werde ich den euch widmen wir sehen uns in der zukunft in einem der nächsten videos wieder bis dann